Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Lehrer und die Eltern dann so immensen Druck geben. Es ist eigentlich so der Druck, den man sich selber so gibt. Weil man möchte es ja, man möchte es ja erreichen. Die anderen unterstützen einen mehr. Ja genau, und da muss halt jeder einfach auch sein persönliches Limit finden, wie viel Druck man haben will, den man sich auch vor allem selber gibt. Und dass jeder einfach selbst sich so suchen muss, wo man am besten hinkommt und wo man am besten einfach sich zurecht kommt und so ein Limit hat. Du meinst also, dass es einfach jeder selber finden muss und dass es die Kunst ist, sozusagen keinen Druck zu spielen. Genau, dass das das Wichtige ist, dass nicht das Wichtige ist so, dass die Lehrer jetzt dahinter sind. Das ist auch gar nicht so, sondern dass man halt seine eigenen Ziele setzen muss und dann diese Ziele mit seinen eigenen Willen dann angeht. Weil wenn man das dann selber will, dann ist es auch viel einfacher zu erreichen, als wenn man das für irgendjemand anderen macht. Und dann die Ziele setzen muss. Wie ist es das? Vielen Dank.